ja harry sagt guten tag heute am 4 april 2020 es ist gleich 12 uhr wir haben 24 grad wir haben leichten wind wir haben fast keine wolken also wir haben wunderschönes wetter ja es tut mir leid dass ich ihnen hier nicht mehr abwechslung bieten kann ich würde mich auf strandbilder nicht möglich heute ist der 21 tag der ausgangssperre und wir hoffen dass es bald vorbei ist aber so wie es aussieht wird es noch mal verlängert werden wahrscheinlich ende des monats ist noch nicht ganz sicher aber höchstwahrscheinlich können es nicht ändern wir nehmen es hin ja die kontrollen heute morgen wieder ich war einkaufen wo kommt man her wo fährt man hin mit kassenbeleg vom supermarkt kein problem morgen wieder mit infos von martin wenn es was neues gibt ansonsten sage ich jetzt ganz einfach mal bleibt alle gesund macht's gut und ganz gleich wo die videos gesehen werden hoffentlich bald mal wieder auf gran canabia mit diesen worten verabschiede ich mich und sage bis übermorgen harry